Einen wunderschönen guten Morgen zusammen am heutigen Dienstag. Rolf, Steffen, Norbert von meiner Seite her auch einen schönen guten Morgen. Olaf, freue mich live Zuschauer hier auch mit beizuhaben, mit dem wir auch kommunizieren können. Und an der Stelle wie jeden Morgen der Wunsch, wenn jemand einen Chart hat, wo er reinschauen möchte, gerne hier einfach auf den entsprechenden Kanälen posten und dann schaue ich sehr, sehr gerne auch rein. Wir besprechen heute die Währungspaare Austral-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken, Japanischer Yen und US-Dollar, Hongkong-Dollar. Holger, guten Morgen. Ja, bevor wir in die Charts reingehen, beziehungsweise unsere ganz normale Morgenvorbereitung durchsprechen, wie immer der wichtige Risikohinweis hier für alle auch abgebildet. Das bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ja, Holger, ich kriege gerade britisches Pfund, japanisches Yen. Klar, da gucken wir rein. Ich habe den britischen Pfund auch auf der Uhr gehabt für heute, aber ich habe mir gesagt, wenn wir heute, nächster Abstimmungstag in Großbritannien, dort irgendwas Blödes kriegen, dann kann es passieren im Vorfeld, naja, da geht Ewigkeiten nix rum und dann kommt eine Klatsche rechts oder links und dann schießt der Kurs in die eine oder andere Richtung. Deswegen habe ich es nicht in die Handelsideen reingenommen, aber britisches Pfund, japanisches Yen, klar, gucke ich mit rein, freue ich mich, machen wir. Lutz, Elena, auch meinerseits einen schönen guten Morgen. Jo, würde ich sagen, gehen wir mal in die wichtigen Tagesnachrichten rein. Heute auch noch nicht ganz so lang. Wichtiger Tag ist dann natürlich am Mittwoch. Da sitzt die FED, beziehungsweise da gibt es die Pressekonferenz der FED. Das wird etwas Bewegung in den Markt auch reinbringen oder auch nicht. Auf alle Fälle sind das ganz, ganz wichtige Nachrichten. Wir haben das Biespuk ja schon besprochen. Das sind die wichtigen Argumente für die FED. Mal schauen, was hier genannt wird. Zinserhöhung wird nicht sozusagen geplant. Also das ist etwas, was der Markt nicht erwartet, dass der Zins erhöht wird. Deswegen wird der Markt ganz genau zuhören, was denn hier Herr Paul sprechen wird. Aber dazu kommen wir morgen am Vormittag, beziehungsweise auswerten können wir das Ganze dann natürlich hier dann auch am Donnerstag. Mensch, hier ist die Woche im Kopf schon wieder fast um. Was gibt es heute an wichtigen Nachrichten? 16 Uhr, Konfrontsport, Verbrauchervertrauen aus den USA. Um 19 Uhr avisiert ungefähr über den Daumenregel hier das Thema die Parlamentsabstimmung über den Brexit. Und was gibt es noch? 10.15 Uhr heute, da spricht der stellvertretende Gouverneur der britischen, der Bank of Inland, also der sozusagen national oder die, was die Europäische Zentralbank in Deutschland beziehungsweise Europa ist, halt für Großbritannien. Also die Bank of Inland. Und dann bekommen wir um 14.30 Uhr die Warenhandelsbilanz auch aus den USA. Und um 22.30 Uhr gucken wir noch so ein bisschen in das Thema Öl. Da gibt es aus den USA das Thema API Rohöl Lagerbestand. Letzte Woche gab es ja auch Lageröldaten aus den USA und die sind deutlich höher gewesen. Also der Zuwachs, es war eine Abnahme geplant, einen Zuwachs hat es gegeben. Schauen wir mal, wie das hier entsprechend auch weitergehen wird. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Charts hinein und prüfen mal, was hier so gehauen und gestochen wird. Die Handelsideen hatte ich ja vorgelesen, aber hier, ach, ich habe heute wieder gesehen, im Goldtest. Gold ist, ach, ich sage mal, so ein bisschen biestig. Das täuscht immer mal so ein bisschen an und dann doch nach oben. Aber nichtsdestotrotz, hier, wir hatten es ja besprochen, hier diese ansteigenden Kurse hat es dann nach unten verlassen. Aber alles innerhalb dieser großen Spanne. Und da sieht man mal, wie, naja, sage ich mal, blöd zu traden teilweise diese Außenstäbe sind. Gerade wenn man das Ganze hier auf der Tagesebene mal betrachtet. Aber nichtsdestotrotz, dieser kleine Bruch nach unten hat nichts am Gesamtbild geändert. Es ist immer noch das Tingle Tangle gewesen, bis wir dann ausgebrochen sind. Und zwar mit Schmackes. Ganz schön ordentlich ging das hier am Freitag letzter Woche zur Sache. Und jetzt setzt sich das Ganze schön nach oben fort. Also hier an der Stelle gut und gerne mal nach oben gelaufen. Oh, ich sehe noch ein paar neue Zuschauer. Amald Kala. Kala, good morning. Nice to see you here. Great, thank you. Um, yeah, what will we do? Um, now we just have a look to the silver and gold price for the moment. So, zurück zum Deutschen. Hier in den Chart hinein. Wie schon gesagt, Gold läuft weiter nach oben. Wenn wir uns das Ganze mal in größeren Rahmen hier auch anschauen, dann sehen wir ganz klar, was wir haben. Wir laufen hier momentan in der Spanne um die 1300 Euro. Und das Ganze schiebt sich jetzt Stück für Stück nach oben. Wir verlassen das Ganze. Und wenn wir hier oben über diesen Peak, über diesen Bereich wirklich uns drüber etablieren können, dann können wir auch von technischseits geprägten Verläufen in die höheren Richtungen ausgehen. Nächster Anlaufpunkt wäre, wie ich das gesagt hatte, schon hier die Marke um die 1300 knapp 25 US-Dollar für die feinunze Gold. Also das ist ein kleiner Ausflug hier zu einer Nachbetreuung im Gold. Den hatten wir ja besprochen. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter in die heutigen Handelsideen Austral-Dollar, US-Dollar. Damit starten wir mal und wir sehen, was ich hier im Chart vor ein paar Tagen schon mal angekündigt hatte für das Thema der Watchlist. Da hatten wir drüber gesprochen. Wir hatten jetzt hier nach diesem starken Move nach unten die Gegenbewegung. Die hat hier oben in diesem Band angehalten und hat angefangen zu korrigieren. Und damals hatten wir besprochen, wie die Korrektur ausschauen könnte. Es hatte sich damals so leicht angeschaut, als würde sich ein Abwärtstrandkanal nach unten hin bilden. Der hat sich auch gebildet. Also für die Kurzfristigen unter Ihnen. Das konnte gut und gerne getradet werden. Und man musste halt wissen, es ist die korrektive Phase erst einmal. Und da muss man sehen, wie es weitergeht. Und hier haben wir gesehen, das Ganze lief bis unten rein um die Marke von 0,70758. Und danach gab es hier auch am Freitag mit Schmackes den Weg nach oben. Was kommt jetzt? Das ist das Interessante. Der Bruch nach oben kam. Wir sind hier oben reingelaufen. Hier das Tageshoch gestern bei ungefähr 0,72, 0,34 in diesem Bereich. Dann gab es die Korrektur. Und jetzt ist es interessant, was hier passiert mit Blick nach oben. Wenn sich das Ganze nämlich fortsetzt, dann haben wir echt Chancen, hier oben rein zu laufen. Wir haben hier technisch gesehen hier eine Marke um die 0,72 in diesem Bereich. Das gucken wir uns gleich auch mal im Stundenchart an. Und dann ist hier wieder Attacke auf diesem Bereich. Und wenn er wirklich rausgenommen wird, dann haben wir alle Chancen, der Welt hier weiter nach oben zu laufen in Richtung dieses Hochbereiches hier. Das ist der Hochbereich aus, jetzt muss ich kurz schauen, vom 3.12., also Anfang Dezember letzten Jahres. Da gibt es tatsächlich die Chance. Und ob der Markt das auch wahrnehmen wird, das werden wir hier mal noch sehen, was hier passiert. Wir sehen jetzt hier nämlich den Markt wieder nach oben tendieren. Und hier kommt es jetzt darauf an. Wir brauchen hier natürlich eine Fortsetzung des Ganzen. Hier aktuell sehen wir natürlich, da oben ist so leicht ein bisschen aktuell der Deckel drauf. Das sehen wir hier, weil der Markt hier über diese Marke nicht drüber wollte. Auf dem Runterweg hat er es schon mal probiert, hat es nicht geschafft. Jetzt läuft er wieder oben ran. Also wir müssen hier über diese Marke drüber. Ich klemm da auch gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Und wenn wir das dann aus technischer Sicht geschafft haben, also hier ungefähr 0,71,7, da drüber zu laufen, dann sehen wir wieder den Weg nach oben laufen. Und dann trendiert die Stunde wieder hoch. Das heißt, dieser Anfangsschub, der hier aufgenommen wird, dieser massive Spike, ist schön nach unten jetzt korrigiert wird. Und wenn jetzt die Dynamik nach oben wieder geht, haben wir Wiederaufnahme von dieser Bewegungsrichtung hier. Und dann haben wir die Chance, erst einmal kurzfristig hier oben wieder an diesen Top hinanzulaufen. Und danach weiter nach oben die Marken hier im Tagesschart ersichtlich. Wie schon gesagt, hier drüben ran. Übrigens, ich wollte ja kurz noch zeigen, im Stundenchart, wo ich das jetzt gerade sehe, ich mache das Bild dazu mal etwas kleiner, ein interessanter Anlaufbereich. Das sind natürlich, wenn wir uns das Ganze mal abschauen hier, diesen Weg nach unten, der hier in diesem Kanal gelaufen ist. Da haben wir halt hier oben um diese Marke von, was haben wir hier oben, ungefähr den Bereich von 0,72, knapp 3. Das ist das, was wir hier liegen haben. Da ist nochmal ein Hochbereich hier, ein Markanter, wo wir sehen, da ist der Markt dran gelaufen, drunter gedreht, dran gelaufen, drunter gedreht. Wenn man den halt wuppt, dann ist das ein gutes Zeichen, um nach oben zu drehen. Wenn der Markt da oben aber schwächelt, um nach unten zu laufen, dann wären das eher Indizien dafür, dass wir hier mit Blick auch in den Tagesschart eher wieder in die Unterrichtung laufen. Das heißt, das wäre dann der Punkt, dass man sagt, okay, dieser Ausbruch war falsch. Wenn er nach unten läuft, dann laufen wir wieder runter Richtung diesen Unterstützungsbereich. Und wenn es dann tiefer geht, dann sehen wir hier, was dann da ist. Dann haben wir Bewegung, Korrektur, niedrigeres Hoch und dann hier die nächste Bewegung. Und dann haben wir wieder einen Abwärtstrand, der in Richtung dieses Abwärtsschubes läuft. Dann haben wir ein komplett anderes Bild. Also wir brauchen hier nur abzuwarten, was der Markt uns zeigt. Bewegung ist auf alle Fälle drinnen und damit warten wir ab, was der Markt entscheidet. Gehen wir ins nächste Währungspaar. Schweizer Franken, japanischer Yen. So, hier gleich auch wieder rein in den Tagesschart hineingezogen. Hier eine, ja, ich sag mal mal, die Grundsituation ist ähnlich wie das, was wir gerade auch gesehen hatten. Wir hatten hier, zack, nach unten diesen starken Schub. Die ganze Korrektur lief hoch bis auf 111,3 und danach, ja, gegen der Markt wieder runter. Und ich sag mal mal, so tolle Dynamik nach oben sieht ein bisschen anders aus. Der Markt, der, naja, er schläft hier so ein bisschen seitwärts, läuft seitwärts, ist momentan relativ träge. Aber solche Situationen, die lösen sich ja irgendwann auch auf. Und das ist das Interessante hier, weil wir haben hier auf der einen Seite, auf der ersten Sicht sozusagen übergeordnet natürlich das Bild komplett noch nach unten gedrückt. Das heißt, hier Abwärtstrend, hier im großen Bild Abwärtstrend da. Das zwischendrin war eine Korrektur dieser starken Abwärtsbewegung, die auch in dem Aufwärtstrend verlaufen ist. Das heißt, das übergeordnete Bild ist sozusagen abwärts gerichtet. Was wir jetzt hier sehen, ist wieder eine Aufnahme in diese Richtung. Und jetzt hier so ein Seitwärtsgetümpel. Und da kommt nicht richtig Kaufdruck auf. Und wenn wieder quasi die Verkäufer aktiv an Bord werden, dann könnte man hier diesen leichten Boden, der gebildet wird, durchbrechen. Und dann haben wir den Weg nach unten wieder frei. Nächster Punkt, wo möglicherweise etwas Halt kommt oder auch nicht. Vielleicht sind dort auch Verkäufer noch an Bord, die den Kurs weiter nach unten treiben. Auf alle Fälle eine Marke, die man im Blick halten sollte, ist hier unten die 108,988. Also dieses Tagestief, was wir hier haben. Und danach ist der Weg nach unten relativ frei. Also da kann die Dynamik nach unten schon sehr, sehr stark auch ausfallen. Muss man auf alle Fälle auf der Uhr haben. Mit Blick nach oben natürlich, da haben wir auch was liegen. Für das kurzfristige hier natürlich das Tageshoch, was wir haben vom Freitag letzter Woche bei 110,6. Und dann noch ein leichtes, höheres Tageshoch bei 110,85. Hier oben haben wir den Peak bei 111,304. Natürlich, wenn der Markt nach oben geht, haben wir einen Aufwärtstrend. Aber dieses Szenario mag ich hier jetzt an dieser Stelle noch gar nicht planen. Weil der Markt halt hier so träge ist und abwartet, in welche Richtung er denn laufen möchte. Und wie schon gesagt, übergeordnet ist der Druck von oben nach unten da. Und das zeigt mir eher, dass wir hier eher nach unten laufen sollten, wenn der Markt weiter schwach bleibt. Das würde dann ins Bild, im Gesamtkontext auch hineinpassen. Hier, wenn wir uns den Tagesschart einmal anschauen. Alles andere nach oben, werden wir dann miteinander besprechen, wenn wir hier tatsächlich irgendwann einmal eine Entscheidung haben. Weil wenn wir uns das Bild hier auch angucken, so ähnlich wie beim Gold, hier haben wir so einen Außenstab mit Ober- und Unterkante. Und da sehen wir, da kommt nicht richtig Dynamik rein. Auf der Unterseite nicht, auf der Oberseite nicht. Also hier heißt es, auf die Watches legen und warten, bis ordentlich Bewegung reinkommt. Und dann können wir davon natürlich uns auch ein Stück vom Kuchen abschneiden. Auf alle Fälle ein Titel, den man auf der Uhr haben kann. Und dann schauen wir nochmal in einen Währungspaar rein, das wir nicht so oft auf der Uhr hatten. Aber das schon sehr, sehr schöne und interessante, sag ich mal, Dinge gemacht hat, wo man sehr, sehr schön profitieren konnte. Und zwar in aller Seelenruhe. Keine Hektik hier. Der Chart US-Dollar, Hongkong-Dollar ist sehr, sehr ruhig im Verlauf. Aber wenn dann mal was reinkommt, dann knallt es ordentlich. Das sehen wir hier, wenn wir uns mal diese Historie anschauen. Wir haben das hier, ich habe in der Zeit hier drüben, in dieser Phase hier drüben, öfter mal diesen Chart besprochen. Hier oben ist ein Deckel drauf, da will der Markt nicht drüber. Das heißt, hier hat es dann wirklich nach unten immer mal geknallt. Das ist schon irre und heftig. Und hier, Wahnsinn, also sowas kann man beim besten Willen nicht erwarten, dass das immer, immer wieder passiert. Aber wir sehen, es passiert immer wieder, dass der Markt nicht wirklich hoch will, sondern mit nach unten will. Und das hier, was soll ich sagen? Hier haben wir wieder so eine Situation. Oben im Deckel drauf, Marke ungefähr 7,84. Da sehen wir, der Markt will nicht so richtig rein. Wenn es dann nach unten knallt, dann haben wir nach unten natürlich sehr, sehr gut Luft. Potenzial hier im kurzfristigen Bereich. Natürlich haben wir ein paar Tagestiefs liegen. Wenn wir uns den Chart mal näher anschauen, ich mache das jetzt mal kurz etwas größer wieder rein. Da haben wir hier natürlich auch Bereiche, wo man sagen kann, da kann der Markt gut und gerne schnell auch ranlaufen. Hier beispielsweise die Tagestiefs um die 0, Quatsch, um die 7,84,1. Hier unten haben wir dann hier drüben das Tagestief bei 0,84,0,1,5. Und hier unten drunter die Marke von 0,83,7,9,1. Also die liegen relativ nahe auch beieinander und das ist das. Diese nahe aneinanderliegenden Tagestiefs, die können dann schon relativ fix mal für ordentlich Dynamik nach oben sorgen. Das sehen wir ja auch hier. Hier hatten wir auch Tagestiefs, sagen wir mal, die relativ nah aneinander gelegen haben. Und die werden relativ schnell wieder abgefrühstückt. Das ist das Potenzial, was hier auf der Unterseite definitiv da ist. Mit Blick nach oben, natürlich, wenn dieser Widerstand hier überschritten werden sollte, haben wir da oben den nächsten Deckel drauf bei der Marke von 7,85. Das hatte ich ja gerade auch gesagt, als wir uns etwas mehr Zeithistorie auch angeschaut haben. Das ist interessant, hier auf die Unterseite einfach mal anzuschauen und sich hier entsprechend im Markt dann auch zu positionieren mit Blick zur Unterseite. Oder wer mag und das Stückchen nach oben treten möchte, falls es so weit kommt überhaupt, kann das natürlich auch anpacken. Aber ich persönlich, ich finde es charmant, die Unterseite auch zu betrachten. Zumal hier der Deckel schon wirklich sehr, sehr gut ist und das Verhalten der Markthändler hier in der Historie auch immer so gewesen sind, dass die sich an sowas gehalten haben. Und aus diesem Grund präferiere ich persönlich eher die Unterseite hier in diesem Bereich. Aber lassen wir uns mal überraschen, was der Markt daraus macht. Und damit zum nächsten Währungspaar. Wir hatten noch ein Wunschwährungspaar und zwar, ich schaue noch mal kurz rein, es war britisches Fund, japanischer Yen. Schauen wir uns auch gleich mal noch an. Britisches Fund, japanischer Yen. Da habe ich es. So, hier ist es da. Oh ja, hatten wir auch schon miteinander besprochen. Sehen wir hier, es liegen ein paar schöne, schöne Widerstandslevel drinnen. Hier würde ich den Chart gerne mal noch ein bisschen vervollständigen. Ich mache das mal kurz etwas größer. Wir sehen hier übrigens im übergeordneten Bereich den Markt hier. Wir sehen, der Druck kommt von oben nach unten. Aber wir liegen halt hier in einem Bereich, wo wir diesen Trend hier uns mal als Richtungsgeber gegeben haben. Wir sind halt hier definitiv mittlerweile drüber gelaufen. Hier hat der Markt nicht angehalten auf diesem wichtigen Level. Hier oben sind wir jetzt über dieses Hoch drüber gelaufen. Hier oben drüber kam die Kerze. Und das, was wir jetzt hier sehen, finde ich immer schön, wenn der Markt uns nach so einem schönen Spike und so ein Muster gibt. Das heißt also hier untergeordnet, beziehungsweise auch hier dieser Trend, der ist ja gut und gerne handelbar. Ich zeichne den gleich mal noch mit ein, wie ich das auch versprochen hatte. Das heißt von hier unten aus. Auch hier, das Bild sehen wir ja sehr, sehr häufig bei diesen Währungen, bei diesen Währungskoppelungen momentan, wo es dann halt wirklich hier nach unten ging und dann der Markt schön wieder in die Gegenrichtung trendet. Und davon kann man sich natürlich immer ein Stück weit was abschneiden. So, und was wir jetzt hier sehen, ist sehr, sehr schön. Wir sehen die Korrektur des ganzen Anlaufpunkte. Ganz klar, das ist etwas, wo die Intraday Trader immer auch drauf gucken. Das sind die Tagestiefs hier auf der Unterseite. Das heißt hier unten ungefähr hier diese Marke von 143. Dann haben wir hier schon das nächste Tagestief um die Marke von, ich klemm es gleich dran knapp, 142.66, 142.7 in diesem Bereich. Dann ist hier auch eine Marke, wo wir gerne mal ranlaufen. Und zwar hier das Ausbruchslevel. So etwas wird auch ganz gerne mal getestet, dass man mal unten sieht, wo könnten denn eventuell auch Unterstützungen reinkommen von Händlern, die das Ganze dann mit Kaufort entsprechend auch wieder nach oben treiben. Im Sinne dieses Aufwärtstrends, den wir hier laufen haben. Und der ist ja nun aktuell auch federführend. Er hat ja viel von diesen Dingen wieder wettgemacht, was wir hier rausgenommen haben. Und ist auch, wie schon gesagt, über dieses wichtige Hoch hier oben drüber gelaufen. Wenn wir das mal sehen, wir hatten ja hier die Bewegung nach unten. Ich zeichne mal kurz noch ein Stückchen von dem Abwärtstrend ein, den ich hier meine zur Bezifferung. Und da haben wir natürlich diesen Bereich rausgenommen. Also hier gab es die Korrektur, hier war das hoch. Und danach lief der Markt hier sehr, sehr dynamisch entsprechend auch nach unten mit rein. Wir sehen das auch hier unten in den kleinsten Zucken gab es auch mal immer ein bisschen Korrektur. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist das Level, was ich meine. Da ist er drüber gegangen. Das heißt, das hier nach unten ist jetzt erstmal negiert durch diesen Aufwärtstrend. Und was wir jetzt hier sehen, ist sehr schön die korrektive Phase. Das ist auch eine Idee, die ich dann wahrscheinlich mit ins Boot reinnehme, wenn wir hier die, sage ich mal, die Briten heute haben, auch abstimmen lassen. Weil das kann auch hier Einfluss haben. Aber worauf ich dann schaue, ist hier, das zeige ich an dieser Stelle auch, weil ich da immer das Gleiche mache. Wir sehen hier sehr, sehr, sehr schön den Abwärtstrend. Das ist die korrektive Phase momentan, die ist hier sozusagen am Laufen und zeigt uns hier immer sehr, sehr schön die Bewegungen und die Korrekturen des Ganzen. Und da ist es schön zu beobachten, wann ändert sich denn die Grundstimmung, die Lage. Wir sehen jetzt hier, wir sind unter diesen Aufwärtstrend drunter gelaufen. Hier haben wir gerade gebrochen den Aufwärtstrend, der hier gewesen ist. Das heißt, wir gehen schön in die Korrektur ein. Das zeigt uns der Markt auch hervorragend. Und auf was ich warte, ist dann hier im finalen Schluss, dass wir hier wieder rumdrehen. Das heißt, wenn beispielsweise hier, ich zeige jetzt mal ganz kurz ein mögliches Ende des Ganzen. Wenn wir jetzt den Markt hier runterlaufen haben, jetzt haben wir ja die Trendfortsetzung auch wieder da. Und wenn wir dann die Situation sehen, dass wir hier über diesen Punkt wieder drüber laufen. Das heißt, dass der Markt aufhört, sich nach unten zu bewegen und dann wieder hoch zu gehen hier in diese Richtung. Und das Ganze nicht nur mit einem Spike macht, sondern auch Stück für Stück bestätigt. Das ist dann für mich das Signal. Jetzt kann ich wieder in Richtung des übergeordneten Trends laufen. Das heißt, die Stundenkorrektur geht hier zu Ende. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Mit Blick nach unten, was wir gerade im Tageschart haben, zeigt uns der Stundenchart natürlich auch sehr, sehr interessante Anlaufpunkte. Und da haben wir hier nämlich die Schwungbereiche. Das heißt, wir hatten ja hier das Korrekturtief. Hier haben wir gesehen, der Trend ist gebrochen worden. Hier in diesem Bereich, da ist der Markt ja drunter gelaufen. Das war das letzte Tief in diesem Bereich. Zack, drunter. Wenn wir noch weiterlaufen, ist das dann die Bestätigung. Ansonsten könnte sich die Umkehr hier auch ergeben. Aber mit Blick nach unten haben wir hier noch ein paar schöne Anlaufpunkte hier in diesem Bereich. Da klemme ich gleich mal noch ein paar Preisschilder dran. Also hier unten, das sind so interessante Marken. Da hatte ich ja die Linien auch schon mit dran gelegt, so die Schwünge, das Ganze auch mit anzuschauen. Hier lief es hoch. Erster Schwung nach unten, zweiter nach oben, zweiter nach unten. Zack, hier so. Das sind gute Anlaufmarken, wo man die Korrektur nach unten hin mit planen kann. Also sehr, sehr spannend in diesem Bereich, muss ich sagen. So, was haben wir hier noch? Ich gucke mal kurz noch an Fragen. Hans, André, guten Morgen von meiner Seite. Ja, Fragen habe ich jetzt keine weiter. Das heißt, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit heute Morgen auch wieder. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Es gibt natürlich wie immer den Blog-Eintrag. Schaut oder schauen Sie da ruhig auch gerne mal rein. Da gibt es die Informationen auch geschrieben etwas vor dem ganzen Geschehen hier. Oder das heißt am Ende auch zum Nachlesen nochmal hier auf der Website von Tickmill. Das kann ich ganz gerne hier nochmal zeigen, wo wir den Blog entsprechend finden für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Hier haben wir die Website von Tickmill. Draufklicken, alle Informationen auch zum Trading findet man hier sehr, sehr schön und übersichtlich angeordnet. Und das ist der Blog und da gibt es immer die Handelsideen auch zu den Vortagen mit drauf zu sehen. Und das ist hier etwas, wo wir dann immer reinschauen können, draufklicken können und dann einfach unten auch mal in die Videos reinschauen. Hier ist das Videoarchiv auch gleich dran geklickt. Da kann auch jeder gucken, die Tage, die wir hier anschauen wollen, was dann hier mit zum Anschauen da ist. Also das zu dieser Seite. Ansonsten allen gute Trades, einen schönen Dienstag und bis morgen. Tschüss.